Ich bin mir sehr gespannt, was ich in einem Jahr hier darauf reagieren werde. Und am neunsten zur Saisonprognose, zur neuen Bundesliga-Saison 2021-2022. Letzte Saison war ja schon wirklich gut, die Prognose, muss man echt sagen. Also ich glaube 50 insgesamt, wenn man die Differenzen eben von Positionen zusammenrechnet. Also es kann fast nur schlechter laufen in dieser Saison. Aber wieder viel Zeit investiert in letzte Saisons angucken, Transfers angucken, Vorbereitung, Pokal, Kader und so weiter. Standarddinge ist quasi nach dem Gladbach-Spiel, also nach dem Gladbach-Pokalspiel, in der Nacht quasi vom neunten auf den zehnten. Also vier Tage vor Saisonbeginn grob und auch eben 22 Tage vor Transferende. Da kann sich eben auch einiges tun in den Vereinen. Und schon mal interessant zum Anfang zu sagen ist, dass wir die gesamte Top 6 neu aufgestellt haben. Nur 10 von 18 Klubs gehen mit dem gleichen Trainer in die Saison, mit dem er diese Saison auch beendet hat, letzte Saison. Das heißt, wir haben bei 8 Klubs mindestens auf der Trainerposition eben eine neue Besetzung. Und ich gehe die Plätze quasi von oben nach unten durch. Heißt, wir fangen mit Platz 1 an, holen mit Platz 18 auf. Und Platz 1, ja, das soll es anders sein. FC Bayern München mit neuem Trainer Julian Nagelsmann. Letzte 5 Saisons, ja, von quasi 2021 zurück bis 2016, 2017. Immer Erster, heißt auch im Schnitt immer Erster, immer Meister. Zugänge sind Ulreiches zurück, Richards und natürlich auch Upamecano für über 40 Millionen. Abgänge, Alaba und Martinez, Ablösefrei, Nübel haben sie verliehen. Ist ein rechterner Kader mal wieder, gibt Gerüchte um Sabitzer. Kader hat 26 Spieler aktuell, 25,7 Jahre im Durchschnitt alt und 818,5 Millionen Marktwert insgesamt zusammengerechnet. Die Vorbereitung, naja, lief nicht so, ne. Drei Niederlagen und ein Unentschieden aus vier Spielen. Laut Kicker, die Testspiele, die die da genannt haben, Saisonstart wird sein, Gladbach auswärts, der Supercup gegen BVB. Dann Köln zu Hause, Pokal auswärts, haben wir das Nachholspiel und Hertha zu Hause. Wie gesagt, Pokal kommt noch auf dem 25.8. Wo wir jetzt verschoben, das Spiel beim Bremer SV. Ja, und am Ende die Bewertung, ich sehe einfach keinen anderen Meister. Das ist gar nicht wegen dem Bayern so. Vorbereitung lief nicht so. Und das muss sich vielleicht erstmal so ein bisschen einlaufen, das ganze Neue dort. Aber ich glaube einfach, dass der Rest wieder zu unfähig sein wird. Also Dortmund, Leipzig, egal wer, die sind normalerweise unfähig genug, dass die beiden auch gefühlt mit 50% irgendwie diese Liga geholt haben. Deswegen bleiben die Bayern bei mir auf Platz 1. Platz 2 dahinter ist der BVB. Verbessert sich um eine Position. Auch neuer Trainer Marco Rose. Jetzt letzte fünf Sessorts waren Dritter, Zweiter, Zweiter, Vierter und Dritter. Zugänge, natürlich, Daniel Mahlen, 30 Millionen und auch unseren Koblenz geholt für 15 Millionen. Abgänge, klar, Sancho, 85 Millionen und Balerdi zum Beispiel auch noch für 11 Millionen. Haben großen Kader, ist auch gut aufgestellt. Haben noch ein paar kleinere Verletzungen am Start. Kader mit 36 Spielen, wie gesagt, groß. Im Durchschnitt 24,5 Jahre alt, die Kollegen. Und einen insgesamt Marktwert von 572,85 Millionen Euro. Ja, Vorbereitung, ja, durchwachsen. Zwei Siege, zwei Niederlagen aus vier Spielen. Sessortschott für Dortmund wird sein. Frankfurt zu Hause, dann eben der Supercup in die Bayern auch zu Hause. Freiburg auswärts, Hoffenheim zu Hause und Bayer Leverkusen auswärts. Die ersten fünf Spiele nenne ich da immer. Die Vibokal war 0-30 in Wiesbaden. Brecht souverän. Ja, klar, ne. Sancho war ein dicker Abgang. Der ist aber, glaube ich, ersetzt. Sollte verkraftbar sein. So doof es klingt. Ich habe irgendwie keine große Gefahr, dass er die nicht ersetzt bekommen. Rose sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass sie eben da in der kleinsten Krise direkt wieder Terzic irgendwie zurückrufen werden. Oder halt die Fans wieder nach Terzic rufen werden. Mal gucken, wie da so das klappt. Die haben ja Terzic jetzt auf irgendeine andere Position im Verein verlegt quasi. Mal gucken, ob die Gefahr wirklich real wird dann. Aber ich sehe, am Ende des Tages eine solidere Saison mit einfach Champions-League-Quali am Ende. Auf Platz 3 folgt dann RB Leipzig auch neuer Trainer Jesse Marsch. Letzte fünf Saisons waren 2. 3., 3., 3., 6. und 2. Platz. Zugänge haben es ja einige. André Silva für 23 Millionen. Guardiol für 18,8. Angelinho auch Festkatz für 18 Millionen. Simakhan auch für 15. Henrichs auch 15. Und Probe auch noch ablösefrei. Ein kleines Abwehrloch tut sich bei denen auf. Upamecano ist für über 40 gegangen. Konnaty für genau 40. Und auch Wolf ist für 9,5 gegangen. Da ist halt jetzt die Frage, haben sie es jetzt gestopft mit den Leuten, die sie geholt haben? Klappt das? Knipsen Silvers weiterhin so gut wie bei Frankfurt. Sonst natürlich einfach ein starker und talentierter Kader. Also ganz klare Geschichte. 31 Spieler. 24,4 Jahre im Durchschnitt und über 560 Millionen Marktwert. Vorbereitung waren zwei Siege. Eine Unentschieden und eine Niederlage eben aus fünf Spielen. Sessonstart wird sein Mainz auswärts. Dann der VfB. Wir zu Hause. Wolfsburg auswärts. Die Bayern zu Hause. Und dann Köln auswärts. Im Pokal souverän. Fynn und Walter in Sandhausen. Deswegen. Also ich sehe keine große Gefahr. Marsch hat auch so ein bisschen diese RB-Schule in sich. Kommt ja aus Salzburg. Das wird schon funktionieren bei denen. Und dann schwierige Entscheidung. Aber ich setze auf Platz 4 bei Leverkusen. Auch mit neuem Trainer. Letzte fünf Sessorts waren 6., 5., 4., 5. und 12. Platz. Zugänge haben sie mit Kusunu mit 23 Millionen. Ordentlich Geld ausgegeben. Auch Baka geholt für 7 Millionen. Eben auch gut eingenommen. Bailey für 32 Millionen gewechselt. Die hat Wahl für 4. Kray für 2. Und ja. Noch ein paar Verletzungen haben sie. Aber außer Bailey haben sie alles stark gehalten, was sie im Kader haben. Also ist ein guter Kader. 28 Spieler. Durchschnittlich 25,1 Jahre alt. Und 345,25 Millionen Marktwert. Vorbereitung war. Ein Sieg. Ein Unschieden. Und zwei Niederlagen aus 4 Spielen dann. Saisonstart wird sein. Union auswärts. Gladbach zu Hause. Augsburg auswärts. Dortmund zu Hause. Und wir der VfB auswärts. Pokal 0 zu 3. Auch mehr oder minder solide bei Lok Leipzig weitergekommen. Ja. Die könnten glaube ich die Problematiken nutzen. Die ich jetzt bei Klubs noch sehe. Die jetzt dann später auf andere Positionen kommen. Und letzte Saison eben so um Platz 4 und Platz 5 gestielt haben. Da können sie vielleicht reinstoßen. Aber der Platz 5, der jetzt gleich kommt, könnte genauso gut auch Platz 4 einnehmen. Nämlich genau dieser Platz 5. Borussia Mönchengladbach mit neuem Trainer Adi Hütter. Letzte Saisons waren Achter, Vierter, Fünfter, Neunter und Neunter. Zugänge waren Hannes Wolff für 9,5 Millionen und Luca Netz für 4 Millionen. Abgänge ist nicht wirklich was passiert. Wendt ist ablösefrei weg und die Lazzaro-Leihe ist vorbei. Gab noch nicht eine oder andere Verletzung im Kader vorhanden. Aber auch wie bei Leverkusen die dicken Fische behalten. Deswegen weiter guter Kader. 28 Spieler haben sie. 25,3 Jahre alt im Durchschnitt. Und über 300 Millionen Euro Marktwert der Kader. Drei Siege, ein Unschieden und eine Niederlage aus fünf Testspielen in der Vorbereitung eben. Und Saisonstatt wird sein Bayern zu Hause. Bayern, Leverkusen auswärts. Union auswärts. Bielefeld zu Hause. Und da geht es nach Augsburg noch auswärts. Pokal war 0 zu 1 jetzt eben gerade quasi aktuell in Kassel-Lautern. Also immer weitergekommen. Könnten, wie gesagt, auch wie Leverkusen die Probleme, die ich jetzt bei den weiteren Klubs, die später kommen, sehe, noch nutzen. Die da reinstechen. Es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Leverkusen und Gladbach. Es ist schwierig gefallen, mir das zu sagen. Aber irgendwie, ich habe es mit dem Gefühl, Hütter noch diese Vergangenheit bei Frankfurt und da auch die Champions sich gejokt am Ende. Vielleicht sticht da doch eher Leverkusen noch rein. Mal gucken. Aber es ist irgendwie so ein 50-50-Ding. Ich setze Gladbach aber auf Platz 5. Und jetzt kommt Problemfall Nummer 1 quasi. So ein bisschen halt aus meiner Prognose raus, aus meinem Bauchgefühl raus. Der VfL Wolfsburg mit neuem Trainer Marc van Bommel, der bunziger Legende. Letzte fünf Saisons war es der vierte Platz. Siebter, Sechster, Sechzehnter und nochmal Sechzehnter. Zugänge waren Burnau für 13,5 Millionen von Köln. Franktsch kam für 8. Metscher auch für 8. Philipp Felsberg für 7,5. Abgänge ist nichts Besonderes weggegangen. Also Klaus für 1,1 Millionen habe ich noch gefunden. Bruma ablösefrei weg, aber nicht viele auf der Seite. Ein großer Kader. Wolfsburg aber immer irgendwie vom Kader her so eine Wundertüte. Kaufen ja immer lieber mal gern ein, als dass irgendwie Leute abgeben. Deswegen meistens ein großer Kader. Man kennt die Mackerzeiten noch. Mal zündet es und mal halt auch nicht. Kader hat 36 Spieler, durchschnittlich 24,7 Jahre alt und 284,48 Millionen Markwert. Vorbereitung lief halt auch nicht wirklich geil. Ein Sieg und fünf Wienerlagen aus sechs Spielen. Saisonstart wird sein Bochum zu Hause, Hertha auswärts Leipzig zu Hause, Fürth auswärts und Frankfurt zu Hause. Im Pokal schon der erste Fail. Zwar weitergekommen offiziell 1 zu 3 nach Verlängerung mit dem Sieg. Aber eben der Wechsel-Fail hat einmal zu oft ausgewechselt. Der gute Marc van Bommel. Haben auch schon einen Einfrag eingelegt. Kann gut sein, dass sie das Spiel quasi noch am grünen Tisch oder halt quasi durchs Gericht halt verlieren. Ja, wie gesagt, ich bin mir da einfach nicht so ganz sicher mit Marc van Bommel, ob das funktioniert. Es könnte eben dieser eine Trainer sein, wo es eben nicht klappt. Es ist eine neue Verpflichtung, die nicht funktioniert, weil, wie gesagt, außer Top 8 sind es sieben Trainerwechsel. Bei irgendjemandem wird es nicht funktionieren. Es wird nicht überall aufgehen. Und ich habe keine Ahnung, bin mir nicht ganz sicher, ob das in Wolfsburg funktioniert. Und quasi so Bauchgefühl-Problemfall Nummer 2 kommt jetzt. Eintracht Frankfurt, Platz 7. Oliver Klaasner, Trainer, auch Kröschel da neu. Letzte Firmen des Sousers war es eben der Platz 5. Dann 9., 7., 8. und 11. Zugänge war ein Lindström für 7 Millionen, gar nicht mitbekommen. Lenz ablösefrei, Blanco und Borre auch. Und auch, muss ich nennen, Jens Kral bei uns noch. Abgänge eben André Silva verloren an Leipzig für 23 Millionen. Jovel Gic haben sie für 3,5 Millionen verkauft. Renovec, Salah Salahe und so Geschichten, noch Kleineres. Ja, wirklich ein gescheiter Kader. Da ist die große Frage, kann dieser Borre eben den Silva ersetzen? Bleibt ein Kostic und da die Gerüchte, oder sehr wahrscheinlich ist es noch, dass der Hauge kommt von AC Mailand. 29 Spieler haben sie aktuell im Kader, 26 Jahre alt im Durchschnitt und 215 Millionen Marktwert insgesamt. 3 Siege, 2 Niederlagen aus 5 Vorbereitungsspielen. Saisonstart wird es sein. Dortmund auswärts, Augsburg zu Hause, Bielefeld auswärts, dann kommt der VfB nach Frankfurt und Wolfsburg auswärts. Im Pokal haben sie, ja, Erstrundenaus hinnehmen müssen. 2-0 verloren in Mannheim. Also ich sehe da wirklich eine schwierigere Saison, auch mit dem Erstrundenaus direkt schon. Klaas, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, passt das? Ich glaube nicht, es ist nochmal so eine Saison, wo du an der Champions League kratzt. Bei Frankfurt, klar, letzten Saisons war stark immer wieder Euroleague, aber wenn man dann ein bisschen länger in die Historie reinguckt, das ist eigentlich auch nicht die Ecke, dass die da ständig zwischen 4 und 7 quasi rumgammeln. Würde mich nicht wundern, wenn sie da rausrutschen. Ich habe es jetzt mal noch auf Platz 7 gesetzt, ist aber auch wieder so ein 50-50 Ding, um quasi die Conference League mit dem Platz 8, der jetzt gleich kommt. Und diesen Platz nimmt Hertha BSC ein, da ist auch der Trainer noch der gleiche wie letzte Saison, Paul Dardai, da ist Bobic neu. Letzte 5 Saisons war es der 14. Platz, 10. 11. 10. und 6. Platz. Zugänge waren Surat Serdar für 8 Millionen, Richter eben gerade erst frisch für 7,1 Millionen. Prinz Boateng und Jovic kam ab bis zu frei und auch das Laieende von Selke, der jetzt den Pokal getroffen hat. Abgänge waren Cordoba, 20 Millionen eingenommen, Netz für 4 Millionen, Khedira, Karriereende, Löwen, Maier und N'Ganka haben sie verliehen. Und auch die Laien von Quenduzzi und von Radonjic sind rum. Also der Kader kann schon zünden so, man muss es halt nur tun, also er ist auf jeden Fall ein ordentlicher Kader. Gerade auch noch die, ja, Wechselgerüchte um Kunja, der ist scheinbar ein bisschen wechselfreundlich. Mal gucken, ob der noch bleibt oder nicht. Eben erst mit Brasilien die Olympischen Spiele gewonnen. Kader hat 29 Spieler, 25,7 Jahre alt im Durchschnitt und knapp 180 Millionen Marktwert aktuell. Vorbereitung war gut, auch sehr viel getestet. 6 Siege und 3 Unschieden aus 9 Spielen. Das Saison wird sein, Köln auswärts, Wolfsburg zu Hause, geht es dann nach München, nach Bochum geht es und dann zu Hause gegen Fürth. Pokal 0 zu 1, Last Minute, Selke-Treffer in Meppen, wie gesagt. Und ja, keine Ahnung, Dardai hat diesen Spirit-Transferfenster und Kader sowieso sehr ordentlich. Haben auch sehr viel getestet, sehr viel ausprobiert. Da könnte es tatsächlich schon eher in Richtung Europa gehen, diese Saison. Ich weiß noch nicht, ob ich so weit gehe. Sieht man auch an Platz 8. Habt ihr ja gesagt, ist so ein bisschen 50-50 mit Frankfurt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hab's nochmal auf 8 gesetzt, weil es vielleicht einfach nochmal eine Saison zum Hinlauf braucht. Vielleicht, dass der Kader doch ganz funktioniert. Man hat noch ein paar Geschichten hin und her probiert. Und dann vielleicht nächste Saison deren Traum mit Europa, mit Investor und so weiter dann erfüllen. Deswegen hab ich jetzt mal auf 8 gesetzt. Ich würd's aber auch nicht wundern, wenn die eben in dieser Europa-Lücke rutschen, die vielleicht Frankfurt, Wolfsburg und andere Kandidaten mit neuen Trainern und neuen Problemen vielleicht dann quasi aufreißt. Und ja, Dardai hat den Spirit, würde ich sagen. Ist, glaube ich, gerade der optimale Trainer für die Hertha. Transferfenster auch in Ordnung sowieso. Die haben ja wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Kader am Start. Auch sehr viel getestet, also auch sehr viel probiert dann in den Vorbereitungen. Es können tatsächlich vielleicht sogar in Richtung Europa gehen. Eben dieses Kopf-an-Kopf-Rennen mit Frankfurt, wie ich es gerade schon gesagt hatte. Wegen eben Problemen, die ich bei Frankfurt sehe. Ja, mal gucken, können die auch auf Platz 7 hüpfen und Frankfurt auf 8? Das ist so ein Fifty-Fifty-Ding, wie auch vorher in Leverkusen und Gladbach. Und vielleicht könnten sie halt eben doch diese Lücke reinreißen oder in diese Lücke reingehen, die vielleicht eben Klubs wie Wolfsburg und so weiter so ein bisschen aufreißen könnten, wo vielleicht halt mal der Trainer nicht zündet, der jetzt neu da ist. Bin mal gespannt. Auf Platz 9 folgt dann die TSG Hoffenheim. Letzte Saison, es waren 11., 6., 9., 3. und 4. Platz. Zugänge sind Raum, Stille und Ruhe, die Abhütze frei. Und das Leihende von Brun Larsen beispielsweise. Abgänge sind eben auch die Leihenden von Cessin, Jörg, Richards und Staffelidis wurde auch ausgeliehen. Ja, großer Kader. Also Breite ist da, aber jetzt auch nicht so die Überflieger im Kader. Und Kramaric vielleicht. Aber einfach ein solider Bundesliga-Kader einfach so. 33 Spieler, 25,7 Jahre alt im Durchschnitt und knapp 205 Millionen Marktwert. Vorbereitung, zwei Siege, ein Unschied und ein Niederlager aus eben vier Spielen. Saisonstart ist dann auswärts Augsburg. Dann kommt Union Berlin, dann geht es nach Dortmund, Mainz zu Hause und Bielefeld auswärts. Im Pokal ist sich abgemüht, 2 zu 30, nach Verlängerung bei Viktoria Köln. Die haben jetzt für mich keinen Kader, der irgendwie nach Europa stoßen sollte. Also das ist schon gerade Hoffenheim, ja recht, ja, wie soll man sagen, ein bisschen graue Maus. Ziemliches Mittelfeld gerade der Kader und da passt er mit Platz 9. Besser das letzte Saison, glaube ich, wenn eben auch ein bisschen weniger Corona-Fälle und sowas da sind. Weil der Kader ist jetzt auch nicht so komplett kacke. Aber ich glaube, die werden es schon irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln. Und auf Platz 10 kommt jetzt auch ein ziemlicher Tricky-Verein. Union Berlin kommt jetzt. Letzte der fünf Saison waren es 7., 11. und eben 2. Liga, 3., 8. und 4. Zugänge, Avoni 6,5 Millionen, Pusch hat 3,5 Millionen, Rönneau für eine Million geholt, Van Drongelen 500.000. Und auch viel ablösefreie Qualität, wie es Union ja auch in den letzten Jahren gemacht hat. Mit Kedira, Öztunali, Haraguchi, Vogelsammer und Behrens und auch Timo Baumgartl wurde Palai geholt. Also auf jeden Fall in Kaderbreite war es getan. Abgänge auch recht wenig dann. Also Bülter ist weg nach Schalke für 800.000. Lenz ablösefrei nach Frankfurt. Und Schlotterbeck-Lai ist auch rum. Und Gentner ist auch gewechselt. Jetzt hier als VfB-Beispiel muss ich auch noch Gentner nennen. Ja, wie gesagt, großer Kader. Auch mal ein bisschen Kohle ausgegeben. Deswegen bin ich mal gespannt, was der Kader zu bringen kann. 33 Spieler, 26,5 Jahre im Durchschnitt alt und 87,5 Millionen Mark. Wird die Kollegen gute Vorbereitung. Fünf Siege, eine Unschiede aus sechs Spielen. Haben jetzt eben einen Saisonstart, der schon in sich hat. Leverkusen zu Hause. Dann kommt eben die Conference League Quali auswärts. Dann kommt Hoffenheim auswärts, die Conference League Quali zu Hause. Und dann Gladbach zu Hause. Im Pokal haben sie 0 zu 1 gewonnen bei Türkgücü München. Ja, ich werde es jetzt nicht irgendwie aus schlechten Gründen oder irgendwie aus Schadenfreude wieder auf Relegation tippen. Weil ich glaube nicht, dass das passieren wird. Es könnte sein, die typische erste Dreifachbelastung. Sowas potenziell, ne. Sind auch in der Quali dafür, haben wir noch eine Runde zu spielen, um überhaupt reinzukommen im Wettbewerb. Aber keine Ahnung, die machen das schon gut dort. Muss man schon so sagen. Gute Vorbereitung auch gewesen. Kader ist schön groß mittlerweile für die Dreifachbelastung. Aber ich glaube nicht nochmal. Was ja wirklich ernsthaft in unseren Top 7, also in die Euroleague-Quali, sonst was Quali, über die Tabelle reinstoßen können. Deswegen einfach keine Abschiebsgefahr, aber auch nichts Höheres, Platz 10. Und dann kommen wir zu unserem VfB, den ich auf Platz 11 getippt habe. Gehen rein weiterhin mit Pellegrino Materazzo. Natürlich ganz logische Geschichte. Letzte 5 Saisons war es eben der 9. Platz, dann der 2. in der 2. Liga. 16. 7. und der 1. Platz in der 2. Liga wieder. Zugänge, ne. Florian Müller, 5 Millionen. Armada für 1,5. Wir nennen hier wirklich mal alles, was wir haben. Führig für 2,5 Millionen. Bejas ablösefrei. Nathailaie vorbei. Sanko hochgezogen vom VfB 2. Ito habe ich jetzt auch mal reingezählt, auch wenn er offiziell noch beim VfB 2 eingetragen ist. Abgänge eben. Gonzalez für 23,5 Millionen. Kobel für 15 Millionen. Mafio wurde ausgeliehen. Kral ist nach Frankfurt. Kaminski ablösefrei gewechselt nach Schalke. Avucca, Aydones wurden ausgeliehen. Mack ist nach Ungarn. Und Castro wurde nicht verlängert und hat auch noch keinen aktuellen neuen Verein gefunden. Gute Kadergröße, muss ich sagen. Abgänge konnten wir sehr gut ersetzen, würde ich sagen. Kader ist auf jeden Fall nicht schlecht als letzte Saison. Wir müssen wieder darauf hoffen, dass halt die Talente das liefern, was man sich erhofft. Bei eben weiterhin dem jüngsten Kader der Liga. 30 Spieler und eben 23,6 Jahre im Durchschnitt. Und ein Marktwert von 164,55 Millionen Euro. Vorbereitung lief ja auch wirklich in Ordnung. Also vier Siege, zwei Unschieden, eine Niederlage aus eben sieben Testspielen. Saison startet wird sein. Fürth zu Hause. Leipzig auswärts. Freiburg zu Hause. Frankfurt auswärts. Und Leverkusen zu Hause. Pokal sehr, sehr angenehme Runde. 0 zu 6 gewonnen beim BFC Dynamo. Was ich jetzt hier so ein bisschen meine Aufsteigerung quasi nenne, also bei uns Bielefeld und Co. Ist quasi wie es aussah nach letzten Aufstiegen. Also letzter Aufstieg war 16,17. Dann waren wir siebter und sind dann 16 über die Regulation und dann wieder 18,19 abgestiegen. Also ich glaube schon, es wird eine schwere Saison, eine schwierigerere als die erste vermutlich. Wegen eben diesem typischen Ding von der zweiten Saison nach dem Aufstieg. Aber ich glaube nicht, dass wir wieder absteigen werden, wie wir es beim letzten Aufstieg quasi getan haben. Ich glaube aber auch nicht wieder in Richtung Groß-Einstelligkeit oder Europa oder was auch immer. Auch wenn da, wie gesagt, eine Lücke aufgehen könnte. Ich sehe gefühlt mehr Abstiegskandidaten als irgendwie Kandidaten für die jeweiligen europäischen Wettbewerbe. So zu übertrieben gesagt. Aber so einfach Mittelfeld, drinbleiben müssen wir alle sehr zufrieden. Klassenerhalt ist das Ziel Nummer 1. Danach kommt der SC Freiburg mit Kulttrainer Christian Streich. Letzte fünf Saisoners war der zehnte, achte, dreizehnte, fuffzehnte und siebte Platz. Ja, also viel, was einem großartig was sagt, ist nicht passiert. Zugänge ist viel aus der eigenen Jugend hochgekommen. Und eben auch ein Leihbeispiel, wie Schlotterbeck oder die Leih vorbei war. Abgänge im Tausenderbereich, Ablösefrei, es sind auch ein paar Laien. Also wirklich nichts passiert. Ein etwas kleinere Kader. Und auch, wie gesagt, weil einige Jugendspieler drin sind, kannst du es noch kleiner nennen. Doof gesagt. Das ist halt das typische Motto in Freiburg. Muss halt funktionieren. Die, die da sind, müssen halt funktionieren. Darf nicht viel verletzt werden oder sowas. Muss halt laufen. 36 Spieler, durchschnittlich 25,3 Jahre alt und 132,65 Millionen Mark. Weil er insgesamt durch wachsende Vorbereitung. Zwei Siege, zwei Unschieden, ein Niederlager aus fünf Spielen. Saisonerstart wird Bielefeld auswärts. BVB zu Hause. Dann fahren sie nach Stuttgart zu uns. Köln zu Hause und Mainz auswärts. Das Pokal sind sie mit 0 zu 1 weitergekommen in Würzburg. Und der Kader ist quasi der gleiche wie der letzten Saison. Deswegen ist es auch die Tabellensituation quasi der gleiche Tabellenplatz wie letzte Saison. Die werden sich halt weiterhin wieder drin halten. Werden eine gute Arbeit machen. Wäre hart aus nichts, wenn die in diese Europa-League-Lücke reinrutschen würden. Aber Freiburg kannst du gefühlt alles zutrauen. Du kannst nicht auch wieder einen Abstiegskampf zutrauen. Ist ja schwierig zu sagen, aber es ist quasi der gleiche Kader. Also können sie mit dem auch quasi das gleiche erreichen. Einfach Mittelfeldplatz und drinbleiben. Dahinter auf Platz 13 folgt Mainz 05 mit Bo Svensson. Letzte Fünf-Saison ist 12. 13. 12. 14. 15. Also passt da voll rein. Zunge sind Stach für 3,5 Millionen. Widmer 2,5 Millionen. Lokoki und Lee ablösefrei. Abgänge eben Müller zu uns für 5 Millionen. Kunde ist für 1,8 weg. Lazza, Öztunali, Kwaisson, alle ablösefrei weg. Und Da Costa und Lazza sind die Laien vorbei. Ja, man hat gesehen, dass der Kader kann. Also Sturm ist vielleicht so ein bisschen das Problemchen. Aber eigentlich tauglich genug für die Bundesliga, was sie da im Kader haben. 19 Spieler haben sie 24,9 Jahre. Im Durchschnitt sind sie alt und grob 104 Millionen marktwert. Vorurbeitung auch sehr ordentlich gewesen. 4 Siege, eine Niederlage aus 5 Spielen. Saisonerstatt wird sein Leipzig zu Hause, Bochum auswärts, Fürth zu Hause, Hoffenheim auswärts und Freiburg zu Hause. Im Pokal sind sie mit 7 zu 8. Im FC Gießen in Elfersberg gerade so durchgerutscht quasi. Also ich glaube es aber trotzdem nicht, dass sie diese kranke Euphoriewelle der letzten Rückrunde, die haben ja glaube ich eine Champions-League-Rückrunde gespielt, zu weiterspielen. Das passiert im Normalfall eigentlich nicht. Weil diese Drucksituation ist weg, diese Euphoriewelle ist weg. Deswegen, Zerschaustart wird schon ein bisschen neutraler, ein bisschen kälter sein als noch diese kranke Rückrunde. Trotzdem glaube ich, dass sie mit Bo Svensson einen Ticken klarer noch quasi den Klassener als sichern können, als dann letzte Saison, so kurz vor Schluss. Dann der FC Augsburg auf Platz 14. Letzte fünf Saisons waren es da 13., 15., 15., 12. und 13. Platz. Also auch da passt voll rein. Bisschen Kohle ausgegeben. Dorsch 7 Millionen, dann haben sie noch klein geholt für 200.000, Günther ablösefrei, Maier haben sie ausgeliehen und eben ein paar Leute aus dem Jürgenbereich hochgezogen. Abgänge dann eben der Richter für 7,1 Millionen, der war ja eingerechnet in den Maier-Deal, gerade auch ganz aktuell dann eben mit Hertha BSC Berlin. Dann so für 5,5 Millionen ist weg. Kedira ablösefrei verloren und die Beneschleie ist vorbei. Und auch Dalo sich zu nennen, Julian Schieber ist auch weg von Augsburg. Kaders ausgeglichen, würde ich sagen, Geld haben sie ausgegeben und eingenommen. Typischer Augsburg-Kader zum Drinhalten, so ganz ehrlich gesagt. 28 Spieler, 25,9 Jahre sind sie im Durchschnitt und 93,25 Millionen Marktwert insgesamt. Vorbereitung auch durchwachsen, ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage aus vier Vorbereitungsspielen. Saisonstart wird sein, Hoffenheim zu Hause, Frankfurt auswärts, Leverkusen zu Hause, Union auswärts und Gladbach zu Hause. Im Pokal 2 zu 4 weitergekommen beim Greifswalder FC, recht wildes Spiel gewesen scheinbar. Wird wieder, glaube ich, einfach so eine Augsburg-Saison. Bin mal gespannt, ob auch ein Weinzierl bis zum Saisonende auf der Bank hocken bleibt. Bin ja so ein bisschen geschält als VfB, für was das angeht. Aber ich glaube, die werden sich schon irgendwie wieder drin halten. Und bevor es weitergeht mit dem Abstiegskampf, so ein kurzer Einwerfer, wieder mit meinen schönen Rechnerreihen, die ich gerne mache. Eben wie es aussah mit Absteiger, Aufsteiger in jeweiligen Saisons. Aus 2016, aus 2017 haben wir, auch um es so ein bisschen zu begründen, was ich später sagen werde, haben wir die Absteiger Ingolstadt und Darmstadt. Beide sind zusammen aufgestiegen, 14, 15, also zwei Saisons später zusammen abgestiegen. Und Aufsteiger waren Freiburg und Leipzig. Einmal siebter, einmal zweiter Platz, also haben sie sich drin gehalten. 17, 18, die beiden Absteiger waren der Hamburger SV und der 1. FC Köln. Mal untypisch quasi, waren nämlich beide sehr lange in der Bundesliga. Und eben vor allem der HSV ewig in der Bundesliga. Aufsteiger dann wir und Hannover 96, wir siebter, Hannover 13. Und dann 2018, 2019 waren eben die Absteiger wir, Hannover und Nürnberg. Das heißt, die beiden Kollegen, die 16, 17 aufgestiegen sind, also zwei Jahre nach dem Aufstieg wieder abgestiegen. Und Nürnberg ist direkt abgestiegen. 19, 20 waren die Absteiger für Tunisseldorf und Paderborn. Da war es also auch wieder ein Absteiger nach zwei Saisons und einer direkt Abstieg. Und Aufsteiger waren Köln und Paderborn und Union Berlin. Wurden dann 14., 17. und 11. Also wie gesagt, Paderborn direkt Abstieg. Und 2020, 2021 aktuell quasi waren die Absteiger Bremen und Schalke. Auch hier wieder untypisch quasi, doof gesagt, beide Ewigkeiten der Bundesliga gewesen. Recht überraschende Abstiege. Und dann, ja, Aufsteiger waren eben Amine Bielefeld und wir der VfB wurden 15. und 9. Und zum Abstieg gehört auch die Relegation. Auch da habe ich mal reingeschaut. 2014 und 2015 war es der HSV, die jedes Mal gerettet gehabt. 2016 war es Frankfurt. 2017 und 2018 war es Wolfsburg. 2019 waren es wieder der VfB. 2020 Bremen. Und jetzt ja ganz aktuell quasi 2021 war es Köln, die sich gerettet haben. Und jetzt kommen wir zu den Plätzen, für die sich mein Gelaber quasi hoffentlich gelohnt hat. Nämlich Platz 15 der VfL Bochum. Letzte Saison war eben, letzten Saisons waren immer Zweite Liga. Also Erster, Achter, Elfter, Sechster und Neunter. Zugänge sind Osterhage, Antwi, Aceh und Esser ablösefrei. Laien von Staphylidis und Rexbetschei und Löwen kommen dazu. Und Asano haben sie auch aus der Vereinslosigkeit zurückgeholt quasi. Abgänge sind Schul für 350.000 Euro und halt ein bisschen was Ablösefreies. Also würde ich sagen, dass sie wirklich auch eine gute Kadergröße haben. Haben auch ein bisschen Erfahrung geholt aus der Bundesliga. Und jetzt auch nichts wirklich an irgendwie Aufstiegshelden oder sowas verloren vom Kader her. Ja, 30 Spieler haben sie da am Start. Im Durchschnitt 27 Jahre alt und 36 Millionen Marktwert insgesamt. Im Pokal 1 zu 2 weitergekommen nach Verlängerung beim Wuppertaler SV. Vorbereitung waren vier Siege. Ein Unschied in zwei Niederlagen eben aus sieben Spielen. Also auch viel getestet und auch viel gewonnen. Aber es ist auch schon überzeihend Wolfsburg auswärts, Mainz zu Hause, Köln auswärts, Hertha zu Hause und die Bayern auswärts. Auch hier schauen wir uns den letzten Aufstieg an. Der war 05, 06. Das war als erster aufgestiegen, danach wurde mal Achter. Zwölfter, 14er ist dann als 17er in der Saison 0, 9, 0, 10 wieder abgestiegen. Ja, und vom Gefühl her hält sich ja meistens ein Aufsteiger auch irgendwie drin. Hier ist auch wieder das Ding gleich mit dem Platz 16 der Regulation. Das ist auch so ein absolutes 50-50-Ding. Auch vom Gefühl her glaube ich, dass sich Bochum tatsächlich drin halten könnte. Auf Platz 16 folgt dann nämlich der 1. FC Köln mit neuem Trainer Steffen Baumgart. Letzte fünf Saisons waren auch der 16. und 14. Erster Platz in der 2. Liga, 18. und 5. Platz. Zugang sind Uth, Schwäbe, Liubici, Hübers ablösefrei alle und einige Leihrückkehrer. Also Schauer, Bissek, Schindler, Coziello und Modest. Abgänge sind Bornau für 14,5 Millionen. Jakobs ist auch für 6,5 Millionen gewechselt. Verstrate für 2 Millionen weg. Drexler ist ablösefrei weg. Auch Leihenden von Rex Bitschei und Dennis und auch Max Meier jetzt ist vereinslos. Also ist schon kein Wunder, dass man in der Relegation war. Also der Kader hat irgendwie nichts. Also ich finde den Kader so schwierig. Der hat irgendwie nichts so Besonderes an sich. Deswegen 30 Spieler, 25,1 Jahre alt im Durchschnitt. 76,15 Millionen Marktwert. Auch doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Haben sich eben durch die Relegation gerettet. 0 zu 1 verloren zu Hause gegen Kiel. Und dann 5 zu 1 gewonnen im Auswärtsspiel in Kiel. Vorbereitung waren 4 Siege, 2 Unentschieden aus 6 Spielen. Also wirklich ordentlich, auch viel getestet. Sessor Start wird sein. Hertha zu Hause, die Bayern auswärts. Bochum zu Hause, Freiburg auswärts. und Leipzig zu Hause. Im Pokal sind sie weitergekommen. Im Elfmeterschießen erst 4 zu 2 bei Carl Zeiss Jena. Also die Vorbereitung war ja wirklich von Ergebnissen nicht verkehrt. Bin auch sehr gespannt auf Baumgart in der ersten Liga dann. Aber keine Ahnung, der Kader irgendwie vom Gefühl her ist es der nicht. Also der Kader ist irgendwie schmierig, finde ich. Deswegen kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass es auch nochmal so eine Doppelserie gibt. Eine Relegation-Doppelserie quasi, wie es Hamburg doppelt gemacht hat hintereinander. Wolfsburg doppelt hintereinander. Könnte ich mir jetzt auch Köln vorstellen. Ist aber halt auch wieder so ein 50-50-Ding zwischen jetzt auch Bochum und Köln eben. Also genauso gut könnte auch Bochum in die Relegation müssen. Enges Ding da unten. Aber so lasse ich mal Köln auf 16. Und damit sind wir bei den Absteigern. Nummer 1 leider. Arminia Bielefeld auf Platz 17. Letzte 5 Saison war es der 15. Platz davor. Zweite Liga eben. Erster, siebter, vierter und fünfzehnter. Zuhänge sind Robin Hack eben auch ganz frisch. 2,5 Millionen. Ramos für 1,2. Okugawa für 1 Million. Krüger auch 1 Million. Lassmer 800.000. Und eben auch Serra, Schöpf und Vassiliadis abwürfefrei bekommen. Abhängige eben Lukoki. Suku ist weg. Vogelsammer, Schieplock. Alle abwürfefrei. Laien eben von Rizudoan, Cordoba, Arne Mayer und Flap. Aktuell, ja, schon ein dünner Kader. Also der hat es ja zwar drin gehalten, der Kader. Aber er war halt schon dünn und ist auch dünn. Transfers auch okay. Aber ich weiß, ne. Hab's auf Platz 17 gesetzt. Also so 100% dran glauben tue ich da auch nicht. 24 Spieler, 24,9 Jahre alt ist der Kader. 43,55 Millionen Euro ist er wert insgesamt. Im Pokal auch wilde Partie. 3 zu 6 gewonnen bei der Sportvereinigung Bayreuth. Vorbereitung, ja, durchwachsen. Ein Sieg, zwei Unschieden und zwei Niederlagen aus fünf Spielen. So zu Hause werden Freiburg zu Hause, Fürth auswärts, Frankfurt zu Hause, Gladbach auswärts und Hoffenheim zu Hause. Und auch hier schauen wir eben auf den letzten Aufstieg quasi. Der war 0,9, 0,10, ist mal als Erster aufgestiegen. Dann wurde man Siebter, also hat sich drin gehalten. Und danach ist es mal als Achtzehnter abgestiegen, 2,10, 2,11. Und danach ging es auch direkt weiter runter, durchgereicht in Liga 3. Ja, und wie gesagt, meist erwischt es irgendwie einen Aufsteiger in der zweiten Saison nach dem Aufstieg. Und da ich uns da eben nicht sehe und auch nicht sehen will, sehe ich da leider Bielefeld. Also der Kader ist ein bisschen klein, Qualität und auch Quantität fehlt dann eben ein bisschen. Denn es kann gut sein, dass es wie 2,10, 2,11 wird, dass sie eben sich eine Saison drin halten und in der zweiten Saison danach wieder den Weg runtergehen müssen. Und dann auf Platz 18 bleibt nur noch ein Klub übrig. Kreuter, Fürth, letzte fünf Saisons war es die 2. Liga eben, 2., 9., 13., 15. und 8. Zugänglich sind Christiansen, Jung und Seuf und Ablösefrei. Hogmar, Gangkamm und Fein vor allem wurden ausgeliehen. Abgänge waren eben Stach für 3,5 Millionen und Raum ablösefrei. Also die beiden U21-M's hier konnten es leider nicht halten und auch ein bisschen anderes Ablösefrei ist, war noch mit dabei. Haben auch tatsächlich den zweitjüngsten Kader nach unserem, der jetzt auch nicht krass riesig ist, der Kader so. Und wäre, glaube ich, für die meisten und auch für mich so ein bisschen eine Überraschung, wenn die sich wirklich drin halten. Ich bin wirklich der Einzige, der Fürth wieder runter tippt. 27 Spieler, 23,8 Jahre alt im Durchschnitt und Marktwert von 28,23 Millionen Euro. Vorbereitung, na, so mäh. Zwei Unschienen, drei Niederlagen, nicht so Bombe aus fünf Spielen. Zu Schorstadt werden wir auswärts. Dann kommt Bielefeld nach Fürth, Mainz auswärts, Wolfsburg zu Hause und Hertha auswärts. Und im Pokal sind sie auch ausgeschieden. Im Elfmeterschießen 5 zu 4 in Babelsberg. Und auch hier schauen wir eben auch den letzten Aufstieg an. Der war 2,11, 2,12. Da sind sie als Erster aufgestiegen und danach direkt wieder runter als Platz 18 und eben jetzt erst wieder aufgestiegen. Ja, ich glaube, es ist dieser eine Aufsteiger sein könnte, den es halt auch meist erwischt. Also gefühlt hält sich ja meistens einer drin und kommt dann doof in der zweiten Saison nach dem Aufstieg halt dann quasi hinterher und steckt dann da ab. Kann gut sein, dass es eben so wird wie 2,11, 2,12. Obwohl ich jetzt natürlich nicht mehr im Kopf habe, aber eben auch, dass sie da recht abgeschlagen als 18 da absteigen. Einfach wegen der Qualität. Klar, als VfB sagt es komisch, weil wir haben den jüngsten Kader der Liga. Bei uns war es letzte Saison auch ähnlich. Auch Wundertüte, der muss halt klappen, die Talente. Kann bei Fürth auch zünden. Aber natürlich erstmal komisch, so ein Wundertüten-Kader. Dann noch, ja, nicht Bundesliga erfahren. Auch zweitjüngster Kader der Liga. Spricht vieles gegen Fürth gerade. Ich finde es auch wirklich schade, weil auch wegen der Nähe zu meinem Studienort natürlich. Die Auswärtsphasen werden sehr nah nach Fürth. Aber ich sehe es bei Fürth irgendwie gerade absolut nicht. Wenn sie sich drin halten, dann Respekt. Und damit steht meine Tabelle, meine Endtabelle, meine Prognose steht damit fest. Bin mir sehr gespannt, was ich in einem Jahr hier darauf reagieren werde, was ich da so sagen werde. Also ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich letzte Saison, ja, das wird es wahrscheinlich nicht toppen. Wird mich sehr übernehmen, wenn diese Saison nochmal so gut wäre wie letzte Saison von der Prognose. Ja, weil es war ja wirklich, wirklich anständig, diese Prognose. Gerne eure Prognose absolut reinhalten in die Kommentare, was ihr von einer neuen Saison erwartet. Vielleicht Einzelklubs, vielleicht auch gesamte Tabelle reinhauen, wie ihr wollt. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.